hallo zusammen herzlich willkommen zurück zu 7 days to die in der alpha 10 4 und wir müssen nicht neu anfangen welcher hat er nicht haare der kennt es nur nicht weil er jetzt haare hat ja unterwegs also ihr merkt schon wer alles dabei ist er an dem die ist mit dabei der welcher ist mit dabei und der jack fleischhammer ist noch irgendwie unterwegs doch im friseur wachsen lassen das andere wachsen ich hätte so bock unsere kleine hütte hier oben auf der klippe in eine buchmauer drum zu ziehen aus dem neuen kappel stone ja wir hatten schon angefangen hier diese frames zu machen jetzt glaube ich das geringste problem wir brauchen beton und grabel das ist glaube ich das weiß und das größte problem ist wir färten ja das ist das ist aber jackie jackie hat glaube ich rettung in der tasche 16 wenn es ein bei das ist super ich habe ich habe mal ich wollte schon mal ich wollte mich mal hier hilfreich beteiligen angefangen ein b zu legen ich habe doch angefangen entschuldigung dass ich durcheinander rede aber ich würde ganz gerne die kartoffelsamen setzen damit wir ja kannst du noch nicht gib sie mir ich wollte auch mal was nützliches machen diese folge und zwar kam bei mir in den kommentaren der die idee und die finde ich auch gar nicht so falsch wir haben hier unten in unserer schlucht ja ganz viele bäume stehen dass wir die vielleicht mal abholzen damit wenn da zombies kommen dass er die von oben du kannst ja nicht runter schießen weil du siehst du die wollen wir nicht absolut gut denn nämlich mal die idee vom run an und mache ich habe ich komme doch jetzt nicht so ein öl cheater wie du wir hatten da gestöhnt eben kann ich kann ich mir nicht eier kochen irgendwie ich habe 37 eier dabei die könnte ich doch mal in den topf diese kante ist echt immer noch schlimm da braucht man da braucht man wasser war ich fühle doch schön ist ja schon eine hello okay ich hole jetzt erst mal ich hole jetzt erst mal du wolltest kartoffelsamen pflanzen dann macht es auch gut dann auf dem weg hole ich aber wasser und kaffee bringe ich mit und blaubeeren und die tasche wieder voll ich pack das gras hier rein ist denn hier aber da muss man aber auch wege laufen und da gibt es ja nicht einen anderen weg ja das müssen wir uns sowieso überlegen ob wir uns nicht im haus einfach senkrecht runter buddeln oder meinst du dann komm auch die zombies irgendwann mal da hoch also ja lange wahrscheinlich schon aber die idee wäre noch an die an die klippe er mache ich an die klippe so eine art treppe zu bauen aber jetzt nicht eine treppe wie man kann an die klippe eine treppe bauen das würde gehen ja ja genau so aus blöcken oder so ich würde ruhig treppenstufen nehmen die alumus denn nur unten den den ersten aufstieg dem musste irgendwie anders absichern ja okay da ich hier sowieso gerade holz schlage soll ich mal gucken ob ich das in der richtung ob ich da stufen dran kriege ja auch das ist ja cool ich kümmere mich um essen ja das wäre gut wollen meins ist gerade auf null gesungen aber der sammelt noch geht es ja erst mal heute mal das ist noch mal golden rot zieht man haus voll konzentriert meckles die wird leise also wir können versprechen dass diese folge bei sein die zu sehen ist für alle die die auf den kanal schauen wollen überhaupt das irgendwas bei mir zu sehen ist weil ich habe ich teste das problem ist wirklich bei ihr zeit technisch wir haben zu den püchern wir haben noch mal direkt aufzunehmen wie wir das ja schon die ganze zeit machen um einfach da ein bisschen zeit zu sparen weil bei ihr sind zwischen technischen problem und zeit aber wie das bei allen neuen sachen ist man probiert sie aus und dann gibt es vielleicht doch mal ein technisches problem das weiß man vorher genau ich bin sowas von froh dass wir nicht neu starten müssen ja ja was denn für art von holz für frames habt ihr alle eine pistole bei ja jackie kopf oder was in beiden jetzt hat ein ja ich habe mich murky water mitgebracht ich bin am murky water kochen nur noch einer kochen eben das ist glaube ich am besten man hat man auch noch nie was drüber gelesen dass sie da überhaupt da probleme bekannt sind ja kannst du mal was zu essen für mich weil ich starbe schon ja hier in der ersten kiste in der essenskiste in der essenskiste gibt es da auf dem pvp server eigentlich auch solche sorgen oder hast du da auch noch nichts gehört oder obwohl ganz was soll man dir das erzählen du kannst ja eh nichts dann ändern ja das stimmt schon also übrigen grüße hier an unserem community server da gab es ja auch probleme und wir haben das hinbekommen mit den kisten ja hier ist noch murky water wenn du gerade einkaufst habt ihr den server jetzt eigentlich wipen müssen um dann zwei tage später festzustellen hätten wir gar nicht gemusst nein 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 schlägt mir die tür vor der nase zu background hast du noch kohle in der tasche? was holz? äh nein keine kohle ich habe auch alles was ich am metall und bleihalter schon in die spüren getragen da ist ein kracher oh den habe ich gerade umgenietet yeah oh ja ich höre noch es gibt noch einen black bandana hier wo machen wir hier an ah da unten ist der Rest scheiße wie da unten ich bin noch hier unten nein okay nicht bei mir gehen wir mal aus dem weg minias entschuldung muss mal weltkern müssen weiter machen was? muss mal kurz weltkern lauter machen achso lauter hat so ein zartes stimmchen ich bin so ich kann auch lauter der steht hier so an der kante ich kriege ihn totgeschossen so jetzt habe ich ihn machen wir auch weil crime ein bisschen lauter ein bisschen lautstrecke ja ich bin hier so minus 12 da die horde wie du hast 12 hat jemand von euch Kohle? die horde ist da die horde ist da oh ja dann muss ich doch mal eben schnell ja dann machen doch tot ja ich bin ja dabei oh fuck was ist das? ich bin aus dem Bild rausgetappt oh Mist nein ich will nicht sterben oh die Schlangen sind frei okay das war's das war mir klar dass ich sterbe ja tut mir leid das waren zu viele ne ne ich bin aus dem Bild raus oh sind nicht viele oh ich kann nicht laufen ich war gestand sind da hunde? sind da hunde? ne 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 ich war gestand was ist denn jetzt los? äh äh katies spiders möglichst zuerst wenn es irgendwie geht ich komme jetzt auch gerade ich komme auch gerade sind die oben oder wo sind die? die waren unten haben wir Munition? die haben unten gestanden ich habe dann den einen gesehen und hab den gekillt scheiße haben wir irgendwo Munition für die 9mm? ich glaube nicht ne gute Idee ne gute Idee was auf hinter dir was wo? ach man hinter mir ist ach ne nicht hinter dir Entschuldigung immer Namen nennen das ist schwierig ja das ist ne gute Idee Frau schwierig jungs was wollt ihr denn alle von mir jetzt hier? du riechst wahrscheinlich gut kannst du haben mein neuer boss äh parfüm drauf gucke boss ich hab nur so ein blödes stone hole ey ich war nicht mal bewaffnet wo ist mein Rucksack Mist der spider lebt immer noch da ich hab ihn nicht bekommen wo kommt denn die horde her? ah los für die ja von diesen drei spiders die da waren der eine den hat hier oben auf der klippe geschlagen ja und die spiders rufen aber wahrscheinlich noch weitere horden dann dann müssen wir aufpassen die drei die da waren sind tot da ist noch einer da ist noch einer da ist noch einer mach der hier ich höh ihn doch er ist tot Mist jetzt bin ich gestorben wir müssen umdingt wir müssen solche aus wie so planken bauen die hier von dem hügel runter gehen da kam von derselben person von run der vorschlag also der gesagt hat fällt doch die bäume er sagte vielleicht können wir unsere base bis an den rand bauen und dann also die die hier unsere wood frames bis an den rand und vielleicht draußen dann diese metal trussings dran hängen weil da kannst du ja durchschießen statt fenster man kann natürlich auch genau aber nur mit ähm pistolen und so kannst du da durchschießen ja gut aber die werden dir von spuckern nicht so leicht weggespuckt wie die fenster zum Beispiel ja das stimmt ja so sagt er doch sein dem die beim letzten mal dass irgendwie die fenster abbrechen würden richtig die fenster die fallen durch wenn du die über eine gewisse länge brauchst dann ähm fallen die runter da ist noch einer im berg jacky ja ja ich komme mich drum und ich denke mir mal mit den metallen geht das dann genauso müsste man dann halt mal raus wo bist du denn ach da jacky pass auf jacky zurück oh der läuft ja schon auf mich zu danke kommt ihr klar danke man sonst ja läuft alles gut läuft läuft bei dir heißt doch unwahrt des jahres ne wie nicht unwahrt des jahres ich hatte ja doch munition bei scheiße naja das ist nicht schlimm ich glaube auf jeden Fall ein gebrochenes bein und gar kein blut mehr ist nicht schlimm gut ich hab zwei Dingsfragmente ich hab zwei Dingsfragmente Pitti platzschtauft neben mir auf ich war doch eben schon hinter euch ich hab mal einen rotzack wieder holen das will ich ausprobieren ich hab das bei welkheim updated gesehen ja es geht wieder ja es ist richtig schön das ist echt gut das ist echt gut echt gut ja man kann nicht mehr auf dem Wasser laufen finde ich auch gut aber man naja man treibt ist doch nicht so super langsam untersehen das ist so ein ziemlich schnelles schwimmen ne so naja es ist durchlaufen oder ich muss sagen wie wenn du nicht sprintest ja so auf Bauchnabelhöhe irgendwie alles ne ja aber ist besser als Feuer das Feuer war ja wie als würdest du im Morast schwimmen also als wäre das so ein zäher Brei das stimmt so wir brauchen Holz wenn wir ne wir brauchen wir brauchen holz ich mach jetzt erstmal die Tasche leer was brauchen wir um ähm nimm mal deinen Helm ab wie siehst du denn jetzt aus pass auf pass auf pass auf pass auf tadaaa is this cool is this cool is this cool erik der Wikinger hallo ich bin hier schon lange überlebender in dieser Welt hört auf mein Rad wo seid ihr es schaut aber nicht schlecht aus muss ich sagen ich bin der Reinhold hallochen Reinhold mein Name Messner du siehst cool aus du siehst richtig gut aus Jacky ja finde ich auch das sieht richtig die Haare ein bisschen strohig also die Spitzen müssen wir zum Vorsicht ein bisschen die Spitzen schneiden könntest du nicht mit der Stone X mir die Spitzen schneiden was ich nicht ganz so gut finde jetzt in dem Spiel ist ähm weißt du so Gleichberechtigung, Gender Studies und so das wird ja immer wichtiger ne ja Darm Bart ist nicht drin also wenn wir schon mal dabei sind denn ich brauch auch einen Darm Bart Jacky wie siehts aus mit Essen sieht so weit aus dass du hier dich vollfressen kannst wie du möchtest naja ist jetzt übertrieben aber ja ich brauch Kohle noch oder irgendwas zum Fackeln anbrennen das kann hier geben ich hab noch so ein paar Latten da oder so hier ich werf's dir mal hin lass die Latte drin wie sieht es aus mit essen hat ist jeder wieder fit ja ich arbeite darum es reicht erst mal die pen killers haben wir nicht mehr oder so die haben ein ex lass ich mal hier drin weil das ist verschwendung wenn ich es noch mehr ist ich packe meine eier hier rein kannst du nicht in bako kam lohnt sich gekochte eier das besser für die für die ex quatsch für die leere haben sie ja auch nicht richtig viel trinken ich habe es eben vollgemacht jackie hat jackie macht wasser jackie macht ich brauche kohle man kohle okay pass auf ganz kurz noch mal ich würde gern wissen was ich fahren muss damit wir anfangen können mit dem neuen cobblestone ja du musst dich in den stein bergen der cobblestone brauchst du nur stein für und mehr nicht weil sie müssen aus einem beton machen wir brauchen gravel gravel ja brauchen wir auch das können wir aber auch aus dem stein doch in dem verbrannten gebiet von diesen steinen die auf dem boden liegen ja da findest du aber auch die moment für cobblestone moment für cobblestone rocks brauchst du zement und stein also du brauchst nur steine dafür gravel brauchst du dafür nicht oder oder das mache ich aus was aber zement machst du aus gravel und ja richtig ne bei zement haust du doch nur stein in der zementmold rein oder ich habe das nur einmal gemacht hast recht ja ne machst du genau so also das heißt wir brauchen jetzt wirklich nur stein ja eigentlich nur stein du kannst wenn du lust hast noch destroyed stone nehmen das geht auch das ist zerstörter stein aber haben wir eisenwaren noch 18 kann es mir machen macht ihr eben das machen wir genau so ich schmeiße ich lass das auch so ich finde ich was persönlich geil aus der ist verliebt also ok und wir machen homo und lesben ehe einfach in seven days to die die beiden frauen sind zusammen ich mal ein screenshot von machen einfach nur ganz kurz selbstverständlich kannst du dich nackt machen selbstverständlich ja hier ich jahre ehe prägen die folie für den den ich habe nämlich gerade mal die schmiede angefeuert weil ich mir dachte dann mache ich mir gleich ins black club und jetzt fragst du das das ist ein super timing ich will auch so ein spike club ja echt ich schlage jetzt erst mal hier unten in unserem bergwerk seriendippendusch macht das sinn hier möchtest du ein strike club hatten wir irgendwo schon eine mine angefangen ja doch ja in der seite drin ja warte ich gucke gerade wo du bist ja warte ich komme mal runter zu dir ich springe mal hier ins wasser kann ich da gefahrlos ja da ich bin hier drüben ja ich glaube die richtung müssen wir hier glaube ich aber hier ist es nicht das ist es nie die ist sie nicht dann ich kommen wir verlieren dann ist auf der anderen seite genau ich verliere auch mal die orientierung weil wir müssen stein kloppen ich will unbedingt cobblestone jetzt machen dass wir da eine burg mauer oben ziehen können dachte dafür bin ich zuständig für die orientierungslosigkeit ja nee wir wollen auch mal gleichberechtigung oder kann ich nicht die steine die oberflächlich sind schlagen hätten wir gleichzeitig kohle und eisenerz ja du kannst also wir haben hier so viel fällt ist eigentlich egal von wo du dich hier einstürkst nee die steine meine ich die oberfläche liegen ob ich die nicht klein klopfen kann alternativ so die diese ressourcen steine ja das kannst du auch ja ja dann mache ich das ich weiß aber nicht wie viel stein also die an unserer klippe stehen so habe ich wirklich verstanden ja also ich habe da schon ein paar weg gehauen aber da sind noch welche ich nehme einfach alles was hier rumsteht war noch europäinkinders rumliegen nie habe ich eben auch schon dass ich mal vorher platz gemacht habe in meinen taschenmüll ich idiot oh minja du kriegst die geschissen war schön viel gut bleibt auch dir treu konsequent genau das ist das wort wird jetzt sucht die fackeln werfe ich jetzt weg übrigens fackeln brennen jetzt wieder dauerhaft ja da bei welker in einem update-video aufgepasst hier ist ein peckiges fand es übrigens cool wieder rumgerätselt hast mit dem wasser wie das vorher war ja man kann dabei ich zum ersten mal vom video wollte wohl sagen ich weiß es ja so sachen über die man sonst nicht nachdenken naja ich weiß das garantiert vom rechner und wollte sich melden wie in der schule ich weiß dass ich weiß auch der idiot wer ist denn so hat dann wahrscheinlich eher nein ich habe am ipad gesessen ich habe direkt ein kommentar geschrieben weil ich gemerkt habe ich kann nicht direkt mit ihm gehen er hat nicht geantwortet ok und ich muss um beton zu machen muss ich nur eine beton mold machen die wird ja einfach gemacht wie der lehrer und ja genau und dann legt der stein rein und dann wird der gewandelt beton ja ja jackie kannst du noch mal zweite portsmann du hast doch bist du oben hast eisen nein nein ich hole erstmal kohle für zwischenzeit hier ja jetzt müssen sein die kohle gibt es nicht mehr in den ressourcensteinen keine müssen wir hier rausholen aber das ist eigentlich kohle sehr schnell jagt jetzt überlege ich gerade kann ich eine treppe so machen dass wir jetzt auf der anderen seite wieder zurück nee das geht nicht ne treppe könnte auch natürlich eine einladung sein für die zombies die dann hoch drankommen machen ja so wie es jetzt ist eigentlich nicht so wie sieht es eigentlich aus mit einer wellness 54 54 ich bin bei 80 bin ja stolz auf mich warum habe ich eigentlich 54 ich bin eine diarröe verstorben richtig und gerade eben an dem zombie die blutige genau die nicht irgendeine keine herkömmliche hier nein das beste kommentar von jemand war einfach ein bisschen gras mit stoff umwickelt und rein weiß bescheid ja also gravel braun wir definitiv nicht mehr weil ich wäre jetzt direkt neben dran wo wir den kriegen würden moment wir müssen was herstellen wie macht man haben wir eine schaufel denn hat jemand eine schaufel von auch dabei dann komme ich eben zu dir ich auch dabei natürlich dann komme ich mal kurz zu dir weil ich bin unten und hau hier die bäume ja ja ich bin ich dann würde gerne mal stein herstellen bezogen du machst du den zement mold ja und dann kommt das was da kommt einmal zement rein und einmal stein drüber oder drunter hinter dir die du machst jetzt zement mold dann sitze die in den ofen und dann haben wir zement ja und wie mache ich gravel aber wir machen aus vier small stones die der nein entschuldigung nicht gravel entschuldigung diese mit dem ich die dings auffülle die wir machen sind koppel stone koppel stone kannst du ganz normal kraft und geh ins crafting menü und dann siehst du das du brauchst einen großen stein und zement 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 und destroyed stone jedoch ja und da haben wir nicht das problem weil wenn ich für diese felsen schlage kriege ich ja nichts von beiden kriege ja keinen richtigen stein wieso diese felsen nicht du musst schon richtig in den berg hauen sonst du holst destroyed stone und der ist in der stadt gegen was ja in dem fall ist das in den zerstörten gebiet oder wo ja genau in dem verbrannten gebiet oder ist das in dem zerstörten gebiet ich weiß zerstörten verbrannten ist normaler sandgebiet minias ich glaube nicht dass du im zerstörten gebiet unbedingt steine kloppen willst aber du kannst es gerne machen doch mach mal bitte mich jetzt nicht böse meint ich würde mich freuen wenn du dich auch mal einbringen kannst du dich kannst du kannst du ungefähr da hauen dass wir dich vom anderen ufer noch sehen können ich gerne sehen ja dann setze ich mich dann setze ich mich mit jackie und einer packung bacon und ein bisschen tee hin und wir gucken uns das an das treuze und komme ich schnell dran weil das ja das geht und ich verliebe eine ausdauer das noch das beste oder wenn er nur zu langsam wow hier geht es ja nach unten hallo wie nach unten wo gerade schon gedacht ist ein loch im berg ja ja dann da waren wir wohl am hacken schon hätte ich jetzt auch fast vermutet was stöhnt denn hier hier rennt irgendwo wieder ein zombie was stöhnt denn da mit ihm los dann kann es sein dass man so mit der schaufel ausbuddeln kann hier wahrscheinlich ich kann die robben auf der stelle hier dinge haben wir noch nicht wir haben noch kein bieger wir haben noch gehen würde kann man so ja die würdige aber nicht schnell haben wir nicht was schade war nicht nicht nur ein stück um hat hier aber für was brauchen wir denn jetzt kratten eigentlich ich bin ich total genau was brauchst du für wenn du rieberst mit konkret füllen willst dann brauchst du gröbel nein ja doch oder doch da brauchst du kies für ja genau diese modellierungsarbeiten hier am berg machen noch mehr arbeit er könnte ich die treppen dann aber ich kann ja auch keine treppenstufen an erde setzen das hält glaube ich nicht an erde hält glaube ich gar nichts und selbst wenn sie die treppen hochlaufen na und ist ja egal die können wir dann tot schießen genau mit dem schießgewehr so das muss jetzt aber mal reichen hier ich werde mir jetzt von irgendwo stein besorgen geschossen durch ein schießgewehr ich habe mir selber stein denn dein stein brauchst du ja für andere dinge dein stein dein stein mein stein genau stein ist doch uns alle da keine panik auf der titanic wasser ist für alle da was haben sie heute einen kaffee getan ich glaube die haben es vergessen reinzutun was sie sonst mal reinmachen wasser läuft ich habe noch nie cobblestone hergestellt beziehungsweise irgendwas in der art mal gemacht in dieser letzten zwei staffeln muss ich sagen wer hätt's gedacht wer hätt's gedacht da stell dir einfach mir mittlerweile mehr her als du wer hätt's gedacht hast du deinen rücken darf ich da mal reinspringen der sprecht wie meine opponenten so Montag 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 habe ich dann die Scheidungspapiere in der Post nee ich mag meine opponenten trotzdem auch wenn sie mich nicht mögen das war jetzt natürlich nur spaß natürlich magst du deine Abos ich mag euch nicht ich mag euch nicht boah ich hätte ja jetzt gerne diese Nagelpistole also wir können wirklich froh sein was ich da benennen haben da habe ich schon ganz andere dinge gelesen auf anderen kanälen oh ja ich bin sehr froh drum dass das alles echt gesittet abgeht mit ein zwei ausreißern ach komm du kriegst du dir das fett weg auf deinem kanal bin doch immer ich das ist nicht ganz richtig aber wieso verliere ich denn keinen Durst oh er braucht noch so eine Axt tja so ihr Lieben ich sag's wirklich ungern die Folge ist vorbei nee schon wieder soweit oh man Minias mach doch mal ne Stunde mach fünf am Tag dreimal ja genau mach doch mal ne Stunde jeden Tag ihr Lieben wir sind am Ende einer Folge von Seven Days to Die ich werde gleich noch ein bisschen Steine kloppen ab zurück ins Straflager und wir sehen uns zu einer weiteren Folge schon am Sonntagmorgen sehen wir uns wieder genau wenn es euch gefallen hat dann lasst uns Daumen hoch da und ich freue mich auf Sonntag macht's gut bis dahin tschüss tschüssi auf Wiedersehen Bis zum nächsten Mal.